Rafael Nadal beendet seine beeindruckende Tenniskarriere. Die Tenniswelt ist schockiert. Rafael Nadal hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. In einem emotionalen Video auf seinem X-Account teilt der Spanier die Nachricht mit. Darin sagt er bewegt, Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass ich vom professionellen Tennis zurücktreten werde. Er erklärt weiter, dass die letzten Jahre, besonders die letzten zwei, schwierig waren. Ich glaube, ich konnte nicht mehr ohne Einschränkungen spielen, gesteht er. Der 38-Jährige kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen. In seinem Statement dankt Rafael seiner Familie, seinem Trainerteam und seinen treuen Anhängern. Ich bin sehr aufgeregt, dass mein letztes Turnier das Finale des Davis Cups sein wird, wo ich mein Land repräsentieren werde, verkündet er. Das Match findet am 24. November in Malaga statt. Von Mallorca aus eroberte er die Spitze der internationalen Tennis-Szene. Unglaubliche 22 Grand Slam-Titel kann er verbuchen. Abseits des Chords ist er für seine Bodenständigkeit und seinen starken Familiensinn bekannt. Mit seiner Jugendliebe Maria Franziska Perello ist er verheiratet. Im Oktober 2022 begrüßten sie gemeinsam ihren ersten Sohn. Der Rückzug vom Profisport gibt ihm nun mehr Zeit für seine Familie und andere Leidenschaften. Dazu könnte auch seine seit 2016 erfolgreich betriebene Tennis-Akademie auf Mallorca gehören. Nachher explotieren sie liberalen Tennis-Akademie. Der Rückzug vom den Bank auf Mallorca.